einen starken Charakter. Das ist mein Haus und mein Leben. Ich will ihn nicht mehr sehen. Einen starken Charakter hat Blackman auch privat. Und doch, eine starke Schulter braucht auch sie manchmal. Ich bin aufgewachsen mit drei Brüdern. Und jetzt hören Sie mir zu. Da draußen gibt es Menschen, die Ihnen etwas antun wollen. Den Bodyguard spielt der deutsche Schauspieler Jo Weil. Nicht nur auf der Bühne, auch im Privatleben nimmt der 42-Jährige auch mal eine ähnliche Rolle ein. Wenn es um die Menschen geht, die mir wichtig sind, oder meinen Hund auch, da habe ich einen sehr starken Beschützerinstinkt. Und so im allgemeinen Leben habe ich einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand wird unfair behandelt, dann kommt direkt mein Beschützerinstinkt. Dann stehe ich auch für Leute ein, die ich eigentlich gar nicht so mag, weil ich unfaires Verhalten nicht mag. Auf der Bühne wie im Film. Zum Schluss der Geschichte siegt der Beschützerinstinkt böse Absichten. Sicher ist in Bodyguard aber vor einer Sache niemand. Den Emotionen. Ich bin Index. Untertitelung des ZDF, 2020